So Leute zum Free-Air vom Center. Hier ist das Gehäuse. Also naja es geht deutlich stabiler. Aber Bass hat es trotzdem. Und der eine Bassport ist geschlossen, wie man sehen kann. Der andere ist offen. Gehäuse ist gedämmt natürlich. Soweit für den Treiber. So jetzt mal hier ein bisschen auftreten. Habe ich auch was sehen. So jetzt mal hier ein bisschen auftreten. So jetzt mal hier ein bisschen auftreten. Jetzt mal hier, ich Ci ist ein bisschen auf dem Loch. Aber es ist jetzt ab cambriert. Also mal hier ein bisschen. So jetzt mal hier ein bisschen Elder ist. So, tschüss bis zum nächsten Video.